Wusstest du, dass Philipp II. mehrere Ehefrauen hatte? Die vermutlich erste Frau des makedonischen Königs war die illyrische Kriegerprinzessin Audata, mit der er die Tochter Künale hatte. Eine weitere Ehefrau war Phila von Elimea, die aus Obermakedonien stammte. Aus dieser Verbindung sind keine Kinder bekannt. Olympias von Epirus war seine vermutlich bekannteste Gemahlin und Hauptfrau. Mit dieser bekam er den berühmten Alexander und die Tochter Kleopatra. Die thesalische Adelige Nikesebulis heiratete Philipp vermutlich nach Olympias. Sie starb jedoch kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Thessalonike. Ebenfalls aus Thessalien stammte eine weitere Ehefrau, Philina. Mit dieser hatte er den Sohn Aridaios. Seine thrakische Ehefrau Meda soll sich nach Philipps Tod das Leben genommen haben, um ihn in den Tod zu begleiten. Seine letzte und vollmakedonische Ehefrau war Kleopatra Eurydike, die mit der gemeinsamen Tochter Europa nach Philipps Ermordung auf Olympias Befehl umgebracht wurde.